Hallo liebe Zuschauer, ich fühl mich verarscht. Willkommen bei euch. Hallo liebe Zuschauer. 5 Arten im Gegenteam. Wo ich meine Artieson drin hatte, ich hatte nie 5 Arten im Gegenteam. Top Objekt 140. 5 Sniper. 5 Arten, 3 Scouts. WTF? 7 normale Panzer. Gleichmals. Ich gehe in die Todesgasse. Und unsere Top-Tiers sind 2 Pfosten. Wow. Wow. Ich finde es geil, wenn die Klicker mal bestraft ist. Hill Semper Hill. Ich gehe doch nicht auf den Hill. Gegen die Batschets. Natürlich, wir schießen doch auf den Hill. Wir supporten dich. Ich gehe auf den Hill. Okay. Ich supporte dich. Ich supporte dich. Ich supporte dich. Komm wir machen das alleine Kai. Was soll da schon kommen? Was soll da schon kommen? VTU. Ah, die gespottet. Ich nehme sie raus. Ja, keine Chance. Kann nur noch die Badjet kommen da oben. Runden 50, 100. Fahr mal links von mir oder rechts von mir. Scheißegal. Arten, nur mit 2 auf den Jungs. Lass uns die Badjet erstmal leer schießen. Lass uns mal hochkommen. Ich gehe auf Tati jetzt dreimal. Ja. Hier. Und jetzt komm. Einen hatte noch. Arten hat geschossen eine. Das interessiert euch ja wirklich wenig. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Der leer. Ah, der aber nicht. Weg, nochmal ne Arten. Schau. Oh, scheiß. Sie aimt auf mich. Oh, ich links, du rechts. Oh, ich aim auf den T1 70 teilen. Boah. Jetzt kriege ich von der eigenen zu? Was denn? Bye bye. Cool, ich wollte gerade von der eigenen zu. Scheiße. Das wäre es gewesen oder? Ich wollte gerade von der eigenen verfickten zu. Jetzt könnte das Objekt auch verschließen. Jetzt habe ich den TNL-VC noch gerammt. Er gepennt hat, hab ich. Schön, dass ihr eure Freude habt. Oh lustig. Hätte ich die Bet-Head getroffen, Alter, dann wären sie beide tot gewesen. Ich hätte so gefeipst. Ich habe den Held aufgeräumt mit den Artis und dann weitergefahren. Irgendwie bin ich nicht in den Sliper-Modus gekommen. Der TD ist voll für den Arsch. Kriegt die GAN auch irgendwie nicht runter. Ist der Tiger ein Bot? Wir hatten zwei Bots. Jetzt will ich nicht mehr rausschauen, der schaut doch. Ich glaube wir haben gewonnen. Sechs Schüsse hat er sich nicht mitgebracht. Zack. Jetzt fährt er in den Jäger hoch rein. Zack. Ich habe ihn getrackt. Ne, nicht mal. Dann nehme ich halt den da. Zack. Und zack. Oh, jetzt geht er auf mich denn. Machst du ein Glück, dass der jetzt nicht mehr sich durchdrehen kommt. Ah, ich glaube der ist der eins. Sonst wärst du Gesichter gewesen. Gesichter? Gesichter gewesen. Jetzt Käpt'n so ein Bot. Alter, fahr hier hoch, Mann. Bin ja dran. Du Objekt. Er ist geladen. Ja ja, ein Schuss kann er ja machen. Hi Bro. Oh Mist. Nein. Schau Semper. Äh, die kommt ja auf mich. Hallo Jägeru, ich bringe hier mal kurz was mit. Ich glaube der Jägeru wird nicht so froh, da weiß ich gar nicht. Ah, die haben gecappt, die Bots. Wow, geil. Ich will gar nicht verletzen. Wer ist das? Die Su, die mir Team-Lavage gemacht hat. Und? Ich kann zumindest sagen. Himmelsdorf, 10 Artis. Ich war dabei. Wer ist ein El- Jaa, ada- ada- ist, Göring-Lavage. Adin, aa HEIDEIN. Fuck you all family. Wer ist das? bestim der E100. Ja wer hat gecappt? Der Bot 1 hat gecappt oder ok, der hat doch einige Silicke gemacht. Ich weiß ja... Der Boss. E100 ist nicht der Aladin ich weiß nicht wer der Arladin da war flirting. Ich kenne immer die Sonne Ah, hier. AM xCDC Wieso schreibt der mediert es halt? Heuer hat ihn gekillt. Blöd oder was? Wollt kann seine Family ficken? Da. Hi. Ah, ich bin mir nochmal. Oh, sie hat fast gestartet. Ja, wie es läuft. Mit mir läuft sie. Ich liebe ihn. Panzer sein war absolut der Spitze. Oh, wieder Angriff. Bitte richtig. Yes, Jungs. Äh, hier. Mach ich Pre-Spot. Auf, da. Ja, ich fahr nach rechts. Sofern es klappt, ich will so ein blöder Scout fährt mir entgegen. Dann mach ich jetzt ein bisschen schwieger. G6. Der Amix, unser 1390. G6. Camp. Hammerst du. Rittst du nicht mit mir. Baa, baa, baa. Wir hätten der 110er hin. I have the camp pre-attacking. Ja, da fahr' ich auch den 1390 hier für mich. Oh, ne. Bin ich aufgehend. Bin ich aufgehend. Ähm. Wird nix dahin besetzt. Ja, genau. Jungs, kommt alle zu mir. Ihr seid doch gottesbehindert manchmal. Dein 70er, eiskalt. Nochmal einer, mach den mal weg da, bitte. Jetzt schieß ich halt auf. Nein, gut. Geh nicht mehr auf. OP, Tarn. Wer ist OP? Wer kettet den denn da? Ja, komm noch näher, Panther. Also, die A-Linie fährt nix hoch. Das seh' ich dann. Hm? Das seh' ich. Ich geh jetzt mal aggressiv aus Boden. Da fahr' wir nicht, bitte. Drei Scouts sind schon tot von denen. Nein, die Ruhe steht noch dort. Ja, ich mach jetzt dann. Guck mal, hier ist was. Wir sind verspätet, der Kollege. Ich sag mal besser spät als nie. What the fuck? Geh nochmal auf. Ja, ich muss nochmal einen neuen Spotting Run fahren. Was ist denn das für ein Schuss, der ist ja voll hängengeblieben hier bei mir. Was ist Fadi? Was? Hast du gerade geschossen? Bö. Wieso krieg ich jetzt nicht ein Spotting auf'n... Danke, auf die ISU wenigstens. Ne, ich hab' ja eigentlich nicht. Bliuuu. Irgendwas ist an der ISU gebaut. Ah, Mist. Ich schieß aber auch, Mann, höre die letzte... Oh, moah. Der, 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 der Schilder ist. Hab' ne... Hab' ne Arti. Blablabla. Weil hast du dem gerade... ...Hower-Game gemacht? Ne, ich nicht. Nein. Scheiß, jetzt bin ich auch mit dem zu bequerschen. So, ich glaub' ich... Ich würde gerne mal in die Mitte, aber er ist halt immer noch diese blöde Ruhe, ne? 8.71, kannst du mal aufhören hier so ein Mist zusammenzufahren? Fahr mal in die Mitte, mach den Ruheaufbau, dann haben die Quality-Ds da oben oder... Ja, ich kann's aber versuchen. Oh, user joined your channel. Na, blablabla. Hi, ich kann's da. Bliuuu. Also, du machst ne Abteilung auch. Oder sowas. Ja, da oben ist... Ist schon... Keiner will mich haben oben, sonst hast du alle voll bei Schilder. Ey, wir lieben dich. Kannst ja hierbleiben. Ja. Kannst bei uns in der Aufnahme dabei sein. Du weißt, ich mag dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Oh mein Gott, ich geb' weg. Der ist schwul. Hab da zwei Ts gefunden, Schätzeleins. Ich fühl mich ein bisschen warm, ne. Was, warm bist du? Uh, hab'n Pferdler gefunden. Hilfe. Ja, die Leen. Jungs. Der jodelt. Ja eben, darum frag ich ja Hilfe. Das ist der Moment, wo du auf die Kette schießen kannst. Ne, doch nicht schon wieder auf der Arme Kette. wies auf die kette ne warte mal ich bin gar nicht im spiel ok steht wies auf kette ah ne kette denk an den suppenpurschen der da oben rum pümmelt ist doch nicht bei mir eher ein subjekt hailan für den scorpion das schon wieder so ein low roll opik nicht gut ob er so beckigen schon noch nicht aber auch immer schießen wir nicht an die machen schau wieder schön ab jetzt kannst du auch netter schuss dankenspott b und auch noch was tot und schatz 456 jahre komm schon trifft jetzt bitte ich hab lieber geschossen diese botti die heavy star halten ja gut die sind ja auch bots für gegner heuer warum bist du so leise ich bin ja nicht nein mann ich hab sieben tausend scheiße tausend habe mir gefehlt schade dann selber geschossen ja eben zusammen habe ich ich rechne mir gleich zusammen das habe ich schon mal besser gesehen ich will eindeutig Spotting Damage das ist so ein Arsch ja ich hätte noch ein bisschen ich hätte noch etwa 800 mehr spotten können mit bisschen Luck und dann hat man mal einen Schuss mehr Damage eigen aber ST1 und Superpassion aber beide null Spotting Damage obwohl ich die eigentlich aufgemacht habe längst Superlight Missionen oder was ja die L-T5 sind wir so gelegt so immer eine sechste Schwedin wer fährt denn da eigentlich schon da oben ach üblichen Verdächtigen ja ne das sind immer üblich die haben wir jetzt alle angesteckt mit unserem aber die guten star fehlen denen mit unserem Scharmützlfieber ich muss E-Mail töten AP ich muss E-Mail töten der wird sicher oben bleiben ich muss E-Mail töten habe ich jetzt schon zwei Runden gemacht ja was haben wir gemacht die drei ist das jetzt schon die zweite dritte Runde das ist die dritte ups ja also nach deiner Aufnahme ja die vierte nein doch E-Mailsdorf Runde vorher ja da hast du angefangen ja E-Mailsdorf dann kam die vorher ja und jetzt noch mal E-Mailsdorf das ist die dritte ja ja blöde Frage ich habe bei bei den Med Missionen ich lasse hier Aare weg das heißt ich muss auch jede 15e Mission ausgezeichnet schaffen genau wo kann man wie kann man nachschauen ich habe zum Beispiel bei den Meds die 15e also alle 15 erledigt sehe aber nicht ob ich die jetzt ausgezeichnet erfüllt habe du siehst doch da steht da drauf ausgezeichnet du brauchst zwei Häkchen ja ich habe die Belohnung noch nicht abgeholt also ich habe schon erledigt aber ich weiß aber Belohnung abholen steht da nur und nicht ob ausgezeichnet erfüllt und ich muss aber noch die Leitz fertig machen damit ich alle vier Weiber Belohnungen abholen kann und und oder ich suche einmal an oder warte mal na und es steht Belohnung abholen bei der 15. Med Mission ich weiß jetzt aber nicht ob ich die ausgezeichnet erfüllt habe stimmt doch nicht zweit normalerweise hast du eigentlich halt für den ersten Teil ein Häkchen und dann für den zweiten Teil ein Häkchen das heißt halt nicht ob du ein Häkchen hast oder zwei weißt du du siehst nach die die Zusatzbedingungen kannst du du kriegst da auch ein Häkchen oh scheiße na ich habe einfach in orange Schrift Belohnung abholen ja das weiß ich da hast du das auch nicht und ich will es aber noch nicht abholen ja gut ja gut eigentlich ist es im Prinzip wurscht wenn ich es abhole weil dann steht eh ob es dann müsste es eigentlich hier stehen weil bei den Heavys und TDS habe es schon erledigt und die Frau abgeholt ja gut für welchen machst du es denn? ich hänge immer noch beim T28 Heavys Konzept beim zweiten Gewinnpanzer weil ich nie lights fahre und ich geh jetzt an und bei den lights fehlen mir aber noch drei Missionen und lights kann ich dir sonst mit machen wenn du helfen willst ja na wie gesagt ich hab da erst gestern wieder frisch angefangen auf Monaten wie light fahren also die anderen drei Klassen die sind eben hier ein Problem gewesen bis jetzt ach das schöne Mist hier verlieren das schöne Haken naa dann der Emil oh jetzt kill jetzt kill nein ja da oben hab ich noch nicht geschossen die wollte auf den Ferdinand schießen und hat mich getroffen ah lol weil der Schuss daneben ging also zu weiter ist ja die hat drüber geschossen und hat mich getroffen weil gerade auf den E-Mail-Feuer weil er um die Ecke kam total noch später hier ah natürlich nach natürlich ich noch drüber geschossen wenn der hinter die Ferdinand interessiert sich nicht mehr für dich da gibt es leider schon geht es leider schon noch jetzt geht es ja auch noch locker raus da hab ich jetzt doppel am Raming Speed Ramin der hat der wiegt doch nichts meins ich nur Ramin der wiegt nix aber das ist die ist sechs aber wieso rammst du ihn denn nicht ne eine Waffe ist kaputt du hätt sie doch nur leicht antuschieren müssen und der wär tot ja aber ich will die auch nicht ja nur wie formulierst denn nix du hast doch selber den Leo gespielt den hättest du nur touchiert und der wär geplatzt ich denke an den G wie Panther ja ich bin nie tot vielleicht was kommst doch weg kommst doch weg wo ah stimmt fahr halt geradeaus ah nicht da lang doch da hin fahr geradeaus und ums Eck den T54 hab ich angeschossen mit 827 der lebt immer noch komm ich schaffs ich schaffs ich schaffs oh fuck ich schaffs ich schaffs nicht was egal er trifft nicht ich weiss er trifft nicht er aimt schon er trifft nicht er hat hier drin ah er hat dich getroffen ein glücke oh komm jetzt so schön die outie holen aah es war so klar mhm bist du schlecht bist du schlecht warum hast du nicht den Leo weg gerammt da hättest du einen Schuss gespart hättest du einmal auf dem IS-6 oder so schießen können während du den rammst ich war auch dumm dass ich nach dem IS-6 nochmal vor die Nase gefahren bin das war auch dumm das war so einiges dumm ja selbst wenn du hättest eh nicht gewonnen ja das kommt dann hinzu ja der hätt mich eh gewonnen ich wollte gerade auf dem E-Mittel schießen einer haut mich die Artie raus und trifft mich blind ja liebe Zuschauer das war's jetzt für diesen Part viel zu lange glaube ich schon ich hab doch sechs wieder ein tschüss 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 tschüss